Diese Zeugschnitten sind das perfekte Party Finger Food vom Grill und sollten auf keiner Grill Party fehlen und so macht ihr euch die. Ihr nehmt euch zuerst das Gehackte, würzt das mit Gyros Gewürz, gebt etwas Tzatziki dazu und ein Ei, dann wird das geknetet bis es eine perfekte Bindung hat. Ist die Bindung erreicht, könnt ihr euer Olivenchabatter nehmen, das in schöne dicke Scheiben schneiden. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch das Gehackte, schmiert es da drauf, circa ein Zentimeter dick ist vollkommen ausreichend. Dann geht es an den Grill, ihr grillt die Scheiben von der Fleischseite an, bis sie eine tolle Farbe haben, dann gehen sie indirekt und können gar ziehen. Und jetzt kommt das Finish, sind die Scheiben fertig, nehmt ihr euch die, gebt etwas Tzatziki drauf, etwas Krautsalat und zum Schluss ein paar rote Zwiebeln. Ihr könnt natürlich auch weiße nehmen und dann sind die Zeugschnitten auch schon fertig zum Verzehr. Stellt sie auf den Tisch, ich sage euch, es werden alle begeistert sein, guten Appetit.